Dass es aktuell eine spannende Zeit ist, gerade im Hinblick auf das, was die Notenbank tut, das ist klar, Tapering in aller Munde, jetzt auch noch Jackson Hole, gerade eben begonnen, also jetzt geht es tatsächlich los, keine Sorge, allerdings heute ist noch nicht so wirklich viel zu erwarten, morgen Nachmittag, zumindest mal unserer Zeit, wird dann Jerome Powell sprechen und gegebenenfalls seinen Einfluss da gelten machen. Heute haben wir bisher, bevor wir gleich auf die Charts gucken, ein bisschen Einfluss von den GDP-Daten aus Amerika, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, ist vielleicht ein bisschen arg klein, aber da haben wir heute beim Wirtschaftswachstum im Quartalsvergleich 6,6%, erwartet wurden 6,7%, aber na gut, wollen wir mal nicht pingelig sein. Die Jobless Claims, ebenfalls leicht besser als erwartet, was heißt besser als erwartet, naja, das ist immer eine Frage des Betrachters, etwas mehr Anfragen, Erstanträge, so muss man sagen, 353.350 waren erwartet worden, aber das ist, Kleinscheiß würde manch einer sagen, das ist nicht wirklich ein großes Drama, das ist im Rahmen dessen, was noch geht und sollte den Markt jetzt nicht maßgeblich bewegen und vor allen Dingen nicht jetzt ganz in die falsche Richtung locken. Der DAX, der hat sich heute Morgen schon mal in die falsche Richtung locken lassen, denn der DAX ist heute Morgen mit einem Gap, wir sehen das hier, musste er erstmal fertig werden, hat es dann versucht ein bisschen, aber, und das ist das Interessante, die Bewegung von da oben bis hier runter, klar, mit Gap, aber Gap ist die schnellste Form einer Bewegung, das ist eine weite Bewegung. Ihr denkt immer dran, wenn es wackelig ist, ist es gut für die bullische Seite, weil dann ist es ein Zeichen, dass die wackelige Seite schwach ist. Jetzt zeigen sich die Bewegungen nach unten aber relativ stark, also wir sehen, der DAX, der ist da ein wenig angeschlagen, was das angeht. Das deutete sich ja sowieso schon an, wir hatten das hier schon gesprochen, weil das hier diese Überschneidung ist. DAX macht mir im Moment am meisten Sorgen, was das zumindest mal angeht, die Amerikaner gucken wir jetzt gleich nochmal an. Ich weiß nicht so richtig, so richtig Bock scheinen die Marktteilnehmer hier nicht zu haben, sie lehnen sich nicht aus dem Fenster, sie lassen sich zu schnell wieder einschüchtern, das ist kein gutes Zeichen für, komm, kann sie kaufen, kann nichts passieren, das ist eher ein typisches Zeichen für, das ist so Drahtseilakt, man versucht sich zu balancieren, ja, man hält sich noch, ist doch alles super und man läuft noch zwei, drei Meter auf diesem dünnen Seil, aber, hm, ne, sollen wir mal gucken, wohin das Ganze führt. Beim amerikanischen Markt ist das viel besser, das Bild, auch wenn das, was wir jetzt hier hinten sehen, sicherlich den einen oder anderen erstmal erschrecken lassen wird, wo man sagt, was ist das denn jetzt schon wieder? Auch hier ist natürlich aktuell so ein bisschen so der Blick jetzt, was Jackson Hole gibt, was wir vielleicht an Nachrichten von der Seite aus dann nochmal bekommen. Insgesamt ist aber die Situation stabil. Warum? Weil der Kurs, anders als der DAX, sich durchaus mal entfernt hat von seiner alten Marke. Das ist eine lange Strecke, das heißt, solange wir hier oberhalb bleiben, sind wir völlig überlappungsfrei. Das heißt, hier haben die bullischen Marktteilnehmer der Situation Vorschub geleistet, haben gesagt, ja, Moment, 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 also wir sind klar orientiert in eine Richtung. Rücksetzer müssen wir halt mit rechnen. Irgendwas so in dieser Größenordnung sollte uns nicht schrecken, also so, was wir hier vorne haben, kann jetzt hier auch passieren. Also jetzt nicht in Sorge und Panik geraten. Diese Größenordnung, das, was wir hier hatten, ungefähr hier hinten, ja, was erwartet ihr? Der Kurs muss auch mal Pause machen dürfen, das ist normal. Nur wenn es viel größer wird als dieses Ausmaß, falls ihr es nicht sehen könnt, das ist jetzt beim Dow Jones Future, aktuell 35.090, sagen wir mal, also um die 100er Marke. Das muss jetzt nicht millimetergenau so sein, das kann weniger sein, ein bisschen darf auch ein bisschen mehr sein, das ist alles okay. Aber solange es in dieser Größenordnung ist, alles safe. Nur viel größer sollte es nicht sein. Erstens mal, weil man sich dann die Frage stellt, Moment, Moment, warum ist die jetzt so viel größer als die hier vorne? Und Punkt zwei ist, dann kommen wir in den Verdacht, hier in die Überschneidung reinzugehen, die Überlappung. Das ist in etwa beim September Future-Kontrakt bei 34.930 in etwa. Also wenn wir die Marke durchstoßen, dann haben wir eine ähnliche Situation wie beim DAX. Nämlich, dass die Bären sich nicht ins Boxhorn jagen lassen, sondern nach wie vor da sind. Also die kurze Abwärtsbewegung, die wir jetzt haben, ist natürlich für Intraday-Aktivisten nicht das Schönste, was man sich vorstellen kann, ist aber im Gesamtbild ein None-Event. Das ist alles wunderbar und kein Grund zur Sorge. S&P 500 grundsätzlich genauso. Wir haben sogar noch hier das gestern, ist das die Zeitung, die wir gestern gehabt haben? Irgendwann hatte ich das gestern mal gezeichnet. Hier habt ihr es vielleicht gesehen, vielleicht war es auch bei Born for Trading. Wie auch immer, auf jeden Fall das Gleiche von der Argumentation. Hier sollten wir nicht mehr hingehen, 4.415, das wäre die Überschneidung dann dieser Korrektur, die wir hier vorne haben. So eine irgendeine Korrektur hier ist schon nachvollziehbar, die darf auch durchaus steile Flanken haben. Das ist nicht untypisch. Korrekturen haben gerne vorne einen 5-Wäller, beispielsweise. Dann kommt in der Mitte gerne sowas wie eine A, B, C und dann kommt hinten wieder ein 5-Wäller. Vielleicht ist das ja hier eine 1, eine 2, eine 3 und vielleicht ist das die 4 jetzt. Vielleicht kommt da noch ein fünfter Schlag hinterher. Das muss nicht unbedingt genau so aussehen, aber ihr seht, es ist halt doch sehr häufig so, dass der Markt eigentlich an diese Regeln hier hält. Also dieses typische 1, 2, 3, 4, 5, dann die A, B, C und wenn wir das Ding haben, dass sich dieses hier von der Entfernung nochmal fortsetzt. Und das hat er ja nun gezeigt, hat sein Ziel damit erfüllt und naja, konnte dann entsprechend drehen. Das ist nicht, dass ich das immer vorhersagen kann. Das ist natürlich Teneff, wenn man sagt, das ist immer so. Nein, aber es ist halt so häufig und es bietet dieses Marktverhalten ein so schönes Chance-Risiko-Verhältnis, dass dann, wenn man mal so eine Situation rechtzeitig sieht, wenn man sie mal rechtzeitig umsetzt, man eigentlich sagen kann, boah, das passt schon. Ja, also ich möchte da niemanden, gerade jetzt, wer neu im Markt ist, suggerieren, das klappt immer und musst du machen, wirst du reich. Ganz so einfach ist es nicht, aber es erhöht die Chancen, da auf der richtigen Seite zu liegen, auf jeden Fall. Und deshalb zeige ich diese Verhaltensmuster immer wieder, um euch das ins Auge, ja, jetzt hätte ich hier nur noch hässliche Vokabeln hier, ins Auge stechen zu lassen, aber es klingt auch doof irgendwie. Nein, aber damit sich das Auge daran gewöhnt und die Dinger sieht. Wenn ich jetzt hier mal meine komische blaue Skizze wegmache, theoretisch wäre das hier hinten schon eine A, B, C Situation. Sie ist zwar ein bisschen kleiner als das, was wir hier vorne hatten, ich könnte es noch mal messen. Theoretisch hätte sie auch so weit gehen dürfen, aber wenn der Markt jetzt erstmal hier dieses Zwischenhoch wieder rausnimmt, also dieses, so weit ist er nicht davon entfernt, dann ist sogar diese Marke fällig und dann ist quasi der letzte Teilprogramm, nämlich, dass wir dann eben das nochmal hier fortsetzen und dann hätten wir hier in dieser übergeordneten Sicht sogar ebenfalls, jetzt ist es jetzt gleich lang, habe ich das ein bisschen verzögert, verzerrt, ein bisschen zu lang ist es hier vielleicht, aber ganz grob kann man sagen, diese Geschichte, die wir hier haben, die müsste sich dann hier nochmal anschließen können und dann hätten wir hier auch ebenfalls eine 1, 2, 3, 4, 5, ihr seht dieses Muster, könnte durchaus sein, dass das häufiger vorkommt. Beim Nasdaq haben wir ja die Zeichnung ebenfalls noch so drin, auch hier darf die Bewegung ein bisschen noch nach unten gehen, bis zur grünen Linie, ich lasse mal das hier, machen wir mal weg hier schnell, bis zur grünen Linie ist es jetzt sowieso erstmal, gerade wenn es diese Wackelkiste, das ist hier auch diese 1, 2, 3, 4, 5, wackelig hoch, ihr seht das hier, also hier 1, 2, 3, 4, 5, hier auch im kleinen Schub runter, wackelig hoch, Schub runter, wackelig hoch, Schub runter, dann hier mehrfach wackelnd nach oben und jetzt die Fortsetzung, ähnliche Länge, solange es bis dahin nur geht, alles safe, nur wenn der Kurs massiv hier drunter geht, da muss man sich auch hier fragen, warum das Ganze, schaffen sie es nicht besser, das ist alles noch völlig safe und kein großes Drama. Ein kurzer Blick aufs Öl, Schub nach oben, super wackelig nach unten, wir warten immer noch drauf, das Gleiche habe ich gestern gesagt, der Saukerl hat sich entschieden, noch ein bisschen weiter nach oben zu steigen, gut, wollen wir ihn nicht zwingen, irgendwann wird dieser Rücksetzer kommen und dann haben wir wieder genau die Situation, die sich dann eben einladen lässt, wenn es nicht so kommt, sondern wenn es irgendwie steil nach unten geht, ja gut, dann bietet sich der Long auch nicht an, wenn es aber irgendwie wackelig runterkommt, dann wäre das eben der Hinweis hier für die Aufwärtsseite. Das geht im Kleinen natürlich genauso, auch im Winzigen, also wer jetzt hier sagt, ich will im ganz kurzen Becken fischen, kann das natürlich ebenso versuchen, hier auf der ganz kleinen Ebene, das Prinzip müsste das Gleiche sein. Gold machen wir abschließend auch noch die Runde voll, dann haben wir das durch, haben wir so einen schönen Überblick hier, 1, 2, 3, 4, 5 nach oben, dementsprechend, wenn es wirklich dauernd passiert, dann wäre es auch schick, wenn es bei Gold passieren würde. Rücksetzer, mein Wunsch wäre 17,70 noch mal zu sehen, vielleicht ein bisschen tiefer 17,60, 17,50 muss nicht, aber so in der Richtung, das aber möglichst A, B, C oder mehrfach wackelig dann nach oben. Wir sind wohl erst in der ersten Abteilung hier auf dem Weg nach unten, mal gucken, ob das jetzt hier eine Korrektur ist oder Korrektur wird und dann sich die Fortsetzung eben anschließt. Wir werden das sehen, ich bleibe da am Ball und halte euch auf dem Laufenden. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, einen wunderbaren Nachmittag, guckt gerne mal drauf. Wer mit dabei ist, Born for Trading live sowieso, da gucken wir uns das Ganze regelmäßig an. Meldet euch gerne an, falls ihr noch nicht mit dabei seid für zumindest mal den Test von Born for Trading. Für diejenigen, die natürlich schon längst mit dabei sind, die können damit rechnen, dass da der eine oder andere Beitrag im Laufe des Nachmittags noch auf euer Smartphone kommt. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.